schönen guten tag willkommen bei virus online.de teil 73 diesmal geht es um morgelonen so jetzt werden hier leute kommen die einerseits diesen kanal schon kennen also da könnt ihr wenn der virus online.de eintippt dann landet ihr hier auf unserer seite wo wir seit einem jahr alles über viren über corona über masken und so in videos erklären also sind jetzt schon fast 75 videos also heute ist teil 73 und das wie gesagt das werdet ihr jetzt nicht alle wissen weil er euch jetzt für morgelonen interessiert der zusammenhang ist dass videos im umlauf waren wo man auf so wattestäbchen die in die nase in den rachen gesteckt werden dass da also irgendwas sich darauf bewegt oder eben auch auf masken wenn man in die maske rein guckt dass dann da auf einmal irgendwas merkwürdig bewegt ist das sollen morgelonen sein diese morgelonen die kenne ich schon ziemlich lange ich will aber kurz vorher noch mal sagen für die die jetzt nicht wissen was ich mache ich bin kriminalbiologe und diese diese augen hier in dem toten kopf das sind die spuren die wir angucken also blut sperma kleidungsfasern erbsubstanz insekten alles mögliche ich bin öffentlich bestellter und vereidigter sachverständiger für biologische spuren und musste also nach ganz strengen regeln unter dem vergrößerungsgerät mir alles angucken sagen was kleiner als so ein abgeklipster fingernagel ist also alles was schön klein ist blut eine winzige blutspur oder eine winzige faser oder ein spermium oder ein insektenflügel dann wird es interessant je kleiner desto besser bei uns über die morgelonen habe ich schon öfter gesprochen zum beispiel in der lwl klinik in dortmund 2018 oder auch nee das war 2019 glaube ich bei der international society for psychological and social approaches to psychosis und der grund dafür ist dass das psychologen psychologinnen psychiater psychiaterinnen so interessiert ist weil das allgemein als das gilt als eingebildet ja kann nicht sein gibt es nicht ja irgendwie fasern und insekten die sind nicht da jetzt sagen die die das aber sehen auf dem wattestäbchen oder auf ihrer haut sie sagen ja aber ich habe es ja gesehen ist ja keine einbildung kann man ja fotografieren kann ja nicht eingebildet sein damit habe ich mich schon sehr früh auseinandergesetzt hier in der zeitung die zeit die gibt es natürlich auch online mittlerweile habe ich schon am 23 september 2004 also vor fast 20 jahren einen artikel darüber geschrieben dass das nicht so nicht so stimmt wenn man immer sagt das ist ein wahn oder das ist eingebildet das ist doch alles blödsinn weil ich kann bestätigen wenn ich etwas und das vergrößerungsgerät lege sehe ich meistens was die frage ist nur sind das jetzt morgen lohnen ist das was geheimnisvolles oder ist das was ganz anderes und das will ich euch mein hand von ein paar beispielen einfach jetzt heute hier schnell zeigen und das ist die brücke zwischen spurenkunde corona viren masken insekten unter der haut morgen lohnen und so also hier kommt zu einer anfrage wundert euch nicht wenn nachher dann anfrage 5 oder so da steht ich habe das jetzt einfach mal schnell zusammen gebastelt hallo mark ich habe hier so ein paar lebewesen gefunden ja die habe ich im badezimmer gesehen oder eine andere person schreibt mir guck mal hier immer wenn ich mir so an der haut kratze dann dann kommen da so kommt da irgendwas raus was sich so ganz merkwürdig bewegt und so und ich zeige euch mal wie das dann so aussieht wenn man das unter das vergrößerungsgerät legt das sieht dann zum beispiel so aus und ich glaube da würde jetzt auch die meisten biologen und biologinnen würden sagen oder das sieht aber verdächtig aus wie achtung ein fadenwurm das ist ein echter faden wo die sind durchsichtig einen halben millimeter groß die könnt ihr bloß im auge also nicht sehen also noch mal einen halben millimeter groß und leben in der erde und durchsichtig kann man schlecht sehen und jetzt vergleichen wir das mal das ist das was so ein es gibt ganz viele verschiedene morgen lohnen so aber das soll jetzt ein sind morgen lohne sein und da seht ihr das hier ist von echten fadenwurm ist das der schlund der bei uns beim menschen wäre das hier so im hals so da wo man was essen zunächst mal reinkommt und hier vorne ist der mund und hier hinten geht er weiter das ist jetzt und morgen lohne das blöde an der sache ist wir können das jetzt aber mit färbungen und anderen techniken untersuchen also wir wissen wie zum beispiel so ein wurm aufgebaut ist der hat zum beispiel muskeln oder geschlechtsorgane oder mund und das hat dieses lebewesen dann nicht gehabt weil es nämlich gar kein lebewesen ist sondern das ist ein pflanzenteil das kann man durch anfärbungen zum beispiel sehr schön rauskriegen ich will euch jetzt nicht langweilen und euch das dann endlos zeigen sondern euch lieber möglichst viele beispiele zeigen damit ihr versteht warum ich das verstehe warum sich auf der einen seite immer die streiten die sagen das gibt es überhaupt nicht kann überhaupt nicht sein auf der anderen seite die leute sagen ja aber ich hab's doch gesehen die wahrheit liegt in der mitte ich zeige euch aber jetzt mal ein paar beispiele das hier ist das was wir am häufigsten kriegen noch mal ich mache das seit also untersuchen durch diese 20 jahren den ersten artikel habe ich 2004 veröffentlicht und hier seht ihr das ist ein typischer maglone wenn man mal reinguckt ich vergrößte den jetzt mal noch ein bisschen stärker dann seht ihr also wirklich da innen drin das sieht aus als ob da was leben würde so vielleicht wie ein darm oder was auch immer in diesen jetzt in diesem fall durchsichtigen lebewesen lebt aber was das hier ist das ist was ganz anderes das können wir sogar mit erbsubstanz untersuchen aber halt auch unter dem vergrößerungsgerät und durch färbungen und durch dünnschnitte das hier ist einfach wenn ihr lang genug an eurer haut rumpittelt und denkt da ist doch was da ist so was dann reibt ihr kleidungsfasern die ihr mit bloßem auge auch als einzelne nicht sehen könnt weil die winzig klein sind reibt ihr in eure hautstückchen rein und dann dreht ihr die zusammen woher weiß ich woher weiß ich das das weiß ich weil das jeder selber machen kann wascht euch einfach mal zwei tage nicht oder so oder macht sport oder irgendwas wo halt so hautschuppen dann so ein bisschen abgeben das verschwitzt ist und dann werdet ihr sehen besonders in der baumwollkleidung an habt und ihr reibt dann so dran dann entstehen so ganz ganz kleine ja wie soll man sagen würmchen sozusagen und die könnt ihr jetzt unter das vergrößerungsgerät legen dann sieht das so aus je nachdem was für kleidung ihr verwendet habt so jetzt ist aber das blöde wer von euch hat schon ein großes vergrößerungsgerät zu hause und zweitens wer kommt überhaupt auf die idee dass das zusammengedrehte haut mit fasern ist das ist das ist weiß ich also erstens weil ich ausprobiert habe selber und weil ich dutzende von menschen gesehen habe die verzweifelt hier angekommen sind und gesagt haben sie haben das also das kommt aus ihrer haut sieht ja auch so aus ich meine wenn ich über meine auto reibe da ist nix und auf einmal entsteht da so ein würmchen was würmchen förmiges raus und dann sieht es auch noch unter einer normalen lupe die ich zu hause habe so aus als ob da irgendwas drin wäre da würde ich mich auch erschrecken wenn ich da angst vor hätte das ist doch klar ihr könnt das es gibt auch ganz ganz viele weitere spuren zum beispiel so was hier da denkt man im ersten moment also wenn das jetzt kein lebewesen sein soll und das bewegt sich auch das tut es durch das nennt man elektrostatische kräfte oder durch feuchtigkeit also da kommt feuchtigkeit rein und bewegt das so ein bisschen hin und her das sieht also wirklich aus wie so ein lebewesen wurmförmiges was jetzt hier so zusammen geknallt ist aber wir können es ja untersuchen wir können chemisch zerlegen wir können es vergrößern wir können es färben habt ihr alles schon gehört wir wissen sicher was das ist weil wir es gemessen haben hat also nichts mit glauben meinen klug sein doktortitel hand zu tun völlig egal wir wissen durch eine zerlegung dieses gegenstandes oder objekt ist dass das in dem fall auch schon wieder kleine kleidungsfasern sind und ihr wisst schon in diesem fall zusammen gedreht mit haut das können wir sehen wir können die zellkern aus der haut sehen wir können die erbsubstanz da rausholen also das ist überhaupt nicht überhaupt nicht strittig oder fraglich und das könnt ihr dann sehr stark vergrößern hier können das mal sehen und je weiter man das vergrößert umso sagen wir mal umso mehr erscheint natürlich tatsächlich so als ob das jetzt wirklich irgendwas in diesem falle wurmförmiges wäre und bei wurm denkt man an leben woran man bei wurm halt nicht denkt ist dass es noch ganz viele andere fasern gibt die auch dünn und lang sein können und die sich auch bewegen durch wie ich schon sagte feuchtigkeit durch durch so anziehungskräfte kennt ihr zum beispiel wenn ihr so ganz kleine stückchen plastik oder plaster habt oder sowas oder papier die dann manchmal irgendwo kleben bleiben früher hat man das mit einem katzenfell gemacht und einem und einem stab den man erlang gerieben hat heute kennt ihr das einfach wenn euch so was weg flitscht und irgendwo kleben bleibt das ist elektrostatisch elektrostatisch und ich verstehe auch hier das problem denn ein echter wurm das ist ein echter katzenspul wurm den gibt es den gibt es wirklich der sieht natürlich tatsächlich auf den ersten blick so aus wie jetzt dieses super stark vergrößerte wurmförmige material aber noch mal wir messen es ja wir können zerschneiden in super dünne schichten mikroskopieren und näher angucken und dann können wir den unterschied sehen aber äußerlich sieht es tatsächlich so ein bisschen ähnlich aus nur ihr wisst nur weil sich etwas ähnlich sieht heißt ja noch lange nicht dass es dasselbe ist das kennt ihr das seht ihr jeden tag also nur weil sagen wir mal ein gemälde von einem auto im halblicht wenn es riesengroß wäre so aussieht ein bisschen wie ein auto wenn er näher angezeigt das ist nur ein bild also man muss es messen man darf jetzt nicht einfach nur denken sehe ich ja dann passt das schon zeige ich euch mal ein beispiel hier das war auch ein echter fall das sind alles echte fälle mit mogulon da hat also eine klientin hat uns also ganz viele verschiedene hier diese deckel haben nichts damit zu tun nicht dass entdeckt also das ist klebt nur zufällig darauf diese firmennamen und diese dinge und da drin stand dann hat sie gesagt naja ich weiß nicht was das ist vielleicht sind ja käfer oder andere lebewesen die sind auch nicht dadurch entstanden dass ich an der haut gerieben habe und dann habe ich mit der normalen lupe geguckt hier könnt ihr das sehen das hier ist ein sogenanntes tatort kärtchen was ihr hier seht das legen wir immer daneben damit für millimeter zentimeter in neigungskreuz haben damit man das gerade drehen kann ist ganz ganz wichtig eine farbskala und so nur damit ihr das mal seht verschenke ich auch auf allen veranstaltungen manche von euch haben da auch schon welche von bekommen und dann schauen wir uns das an und dann hin und wieder sind es echte tatsächlich käfer also das ist dann nicht eingebildet aber die kommen nicht aus der haut und die entstehen nicht auf masken und die die zieht ihr nicht mit einem wattestäbchen aus der nase und das wattestäbchen selber ist auch nicht verunreinigt damit sondern die käfer können halt fliegen und rumlatschen die kommen nicht aus eurem körper sondern die sind irgendwann später daran gekommen also wenn ihr zum beispiel ein teppich habt der sehr alt ist dann kann das sein dass der speckkäfer drin sind und die hängen jetzt an euren klamotten dran und nehmen wir mal an ihr habt jetzt selber so ein test gemacht wo euch was in die nase geschoben hat dann habt ihr den vielleicht stückchen davon habt ihr irgendwo dran kleben gehabt nicht das ganze tier vielleicht aber stückchen und das könnt ihr mal selber ausprobieren dann nehmt ihr so eine klebefolie können auch mit tesafilm machen oder mit irgendeinem anderen film also da müsste jetzt nicht super teure kriminalistische folie nehmen könnte auch einfach sowas nehmen und dann geht mal über eure klamotten wenn er die zwei drei tage getragen habt oder klebt auf euren teppich oder klebt mal hinter den schrank oder klebt mal in der ecke von der wohnung da werdet ihr das werdet ihr nicht glauben wie viel zeug dann auf einmal auf dieser folie klebt weil wir sind in einer welt voller textilfasern ist doch klar überall fallen die textilfasern runter überall habt ihr hautschuppen während ich rede nur in der zeit in der ich rede fallen tausende von hautschuppen von mir herab in meine kleidung und wenn ich dann aufstehe fallen die unten aus der kleidung raus wenn sie offen ist also eine hose zum beispiel oder ein t shirt was ich über meiner hose trage das heißt da ist also auch kein geheimnis dabei nur wer legt sowas schon und das vergrößerungsgerät kaum jemand das mache ich euch mal vor in dem echten mogulonen fall der frau hat niemand geglaubt haben alle gesagt da sind keine insekten das bilden sie sich ein aber da waren insekten auf dem klebefilm den sie da in ihrer wohnung wo sie überall abgeklebt hat sind tiere drauf und diese tiere die welt ihr noch nie gesehen haben die sehen so sieht aus als ob das ein witz wäre es sind aber echte tiere die gibt es wirklich da gibt es jede menge von tiere von denen noch nie im leben was gehört habt milden habt ihr vielleicht schon mal gehört das sind zwar keine insekten aber auch kleine krabbeltiere da wisst er diesen total klein da kriegt er eine allergie von oder so aber es gibt auch noch andere zum beispiel staubläuse habt ihr schon mal was von staubläusen gehört die sieht man dann halt erst unter dem vergrößerungsgerät oder springschwänze manche kennen die vielleicht aber viele von euch kennen die vielleicht nicht aber das wichtige ist die leben auch nicht in eurem körper können die nicht weil die dann ersticken könnt ihr ausprobieren also wenn ihr die keine ahnung irgendwie ganz lange nach rand haltet irgendwann sind die tot weil die erstickt sind und unter der haut können gleich dreimal nicht leben weil die atmen müssen so wie ihr wenn ich euch unter wasser drücke ertrinkt ihr das heißt die müssen luft atmen deswegen können nicht unter der haut leben sie können auch nicht bei euch im rachen leben sie können auch nicht auf wattestäbchen leben da gibt es auch nichts zu essen da ersticken sie zwar nicht aber da ist nichts zu essen also das heißt dass diese morgelonen sache die kommt daher dass die meisten menschen sich keine kleinen insekten bruchstücke die irgendwo in der ecke vom zimmer liegen angucken dass die sich normalerweise nicht über die haut reiben und das unter das vergrößerungsgerät legen dass die sich nicht dieser film auf ihre klamotten drücken und mal schauen wie unendlich viele faser da drin sind das sind aber millionen von fasern wenn ihr das ein jahr lang machen würde bräuchte dir nichts anderes mehr zu tun als kleidungsfasern anzugucken die eben wie würmchen aussehen können oder die am anfang gezeigten pflanzenteile wer von euch guckt sich denn an wie erde wenn ihr einen garten habt was ihr da an winzig kleinen pflanzenteilen drin habt in einem löffelchen erde achtung habt ihr mehr lebewesen drin als menschen auf der erde leben und wir reden noch gar nicht von den pflanzenteilen das heißt das ist also das ist schon so da sind überall diese teilchen aber sie sind keine sind keine lebewesen die etwas mit dem zu tun haben was man denkt die kommen aus meinem körper die kommen aus meiner nase die bilden sich unter der maske wenn ich dagegen atme das passiert einfach nicht sondern es sieht einfach so aus ich kann euch jemand tückisches beispiel zeigen ist echt tückisch gewesen zwar auch ein echter fall hier kann ich euch vielleicht sogar mal zeigen falls da der name nicht dabei steht doch da steht er dabei ist kann ich euch nicht zeigen hier ich würde das zu einem wurm nachweis ins medizinische labor in einem wohnort bringen und dann würde ich mir das erkennen das würde ich machen aber die sagen immer da ist nichts deswegen hat hier unser klient keinen bock mehr darauf der will das nicht mehr ins labor bringen weil die immer sagen da ist nichts aber gesagt na gut dann zeigt doch mal was hast du denn da und war relativ groß also ihr seht das ist schon deutlich größer als das was ich vorhin erwähnt habe was man eigentlich mit einer lupe so ein bisschen sehen kann und dann unter mikroskop so richtig sehen kann habe ich mir gedacht da ist wirklich interessant keine ahnung was das ist wo man näher rangehen hier seht ihr wieder unsere millimeter skala das ist zentimeter das millimeter das ist wieder dieses tatort kärtchen was ihr schon kennt das hier und da habe ich mir gedacht ja das bisschen wie ein insektenbein sieht es aus aber dafür sind es zu viele ausziehungen hier dran dann eine pflanzenteil das weiß ich nicht so genau ich bin kein pflanzenspezialist musste mal einen kollegen fragen ich habe einen kollegen der ist sachverständiger für wurzeln und pflanzen für pflanzen wurzeln guckt sich die ganze pflanzen wurzeln und innen drin das kennt ihr jetzt auch schon wenn man da so ein bisschen durch licht macht also starkes lichter durchscheinen lässt dann sieht das auch so aus als ob da irgendwas drin wäre aber habt ihr vorhin schon gesehen heißt noch lange nicht dass es lebt oder mal gelebt hat und am interessantesten fand ich diese bruchstelle hier die habe ich dann mal raus vergrößert und da könnt ihr sehen aha das könnte jetzt ein gelenk sein von von einem lebewesen so und jetzt mal seid mal ehrlich wie viele von euch haben sich schon mal nur unter dem mikroskop zu erkennende gelenke von lebewesen angeguckt wetten dass das wahrscheinlich kaum einer oder überhaupt gar keiner von euch gemacht hat ich habe das gemacht und da seht ihr jetzt erst könnt ihr erkennen dass das nicht von einem lebewesen stammt aber nur wenn ihr das mit ganz vielen anderen lebewesen vergleicht und wenn ihr erbsubstanz anguckt und wenn er dünne schnitte macht bewegen kann sich das und es kann auch aussehen wie ein lebewesen es ist aber keins also sieht ähnlich aus ist aber trotzdem nicht so also da könnt ihr das sehen ihr erinnert euch was ich euch vorhin gezeigt habe was wirklich wie so ein wurm aussieht ja wirklich selbst jemand der wurmexperte oder wurmexpertin ist würde so wenn er das so ganz schlecht auf einem ganz schlechten foto sehen würde würde sagen ja kann sein dass das so ein wurm ist weiß ich jetzt nicht muss man sich halt näher angucken und das ist das was ich mache wie gesagt ich mache das seit 20 jahren ich nehme alle klienten und klientinnen ernst lege es und das vergrößerungsgerät färbe ist zerschneide ist mache erbsubstanz untersuchungen und es stellt sich immer raus dass es etwas ist was nicht mit dem zusammenhängt was man glaubt wattestäbchen masken es kommt aus der haut raus oder ähnliches sondern ja es sind dinge die aussehen wie etwas lebendes aber in wirklichkeit zum beispiel insekten aus dem garten das haben wir eigentlich am häufigsten habt haut die zusammengedreht ist mit kleidungsfasern das zweithäufigste auch sehr sehr oft oder das ist jetzt vielleicht das letzte was ich euch zeigen will oder das vorletzte oder es sind halt manchmal auch lebewesen die was ganz anderes machen zum beispiel solche die wir eigentlich schon gar nicht mehr sehen weil die so klein sind dass man kaum noch sehen kann aber mit denen kommt nie jemand an warum weil sie unter der maske auf dem wattestäbchen auf der haut oder sonst wo weil sie da gar nicht zu sehen sind da müsst ihr noch ein viel viel stärkeres vergrößerungsgerät nehmen und da kann man dann wirklich auch noch erkrankungen kriegen ein beispiel sind zum beispiel borrelien sehr 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 wirklich super viele der klientinnen und klienten die wir haben die besonders die denken es kommt was aus der haut und die das auch so sehen die haben und dann sagen wir ja das sind kleidungsfasern können sie sich angucken kommen sie ins labor wir wollen ihnen hier nichts erzählen sondern sie können sich gerne selber angucken die 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 juckt aber dann manchmal zum beispiel und dann sagen wir ja gehen sie doch mal zum zum hausarzt oder zu hausärztin lassen sich auch borrelien testen das haben die ganz ganz oft also das gibt es auch noch das sind aber auch keine mogulonen sondern es sind borrelien und die kommen auch nicht aus der haut raus und erzeugen dann irgendwelche kleinen fasern sondern die könnt ihr gar nicht bloß im auge sehen es gibt es also auch und dann vielleicht noch als letztes ja das will ich noch mal zeigen weil ich immer gesagt habe ich schneide ich zerschneide die sachen auch damit ihr mal seht wie das aussieht hier zum beispiel wunderschön das hier was ihr hier seht das hat schon mal überhaupt gar nichts mit leben zu tun oder so sondern dass es dadurch entstanden dass es auf einem klebefilm ist und dass der klebefilm könnt euch vorstellen wie so ein ja wie feuchtigkeit oder wie ein sandlandschaft wenn da so wasser hin und her geht da hat sich also der klebefilm so verbogen woher weiß ich das weil ich das selber untersucht habe ich denke mir das nicht denken ist bei uns verboten wer bei uns im labor denkt fliegt raus wie wir messen also wir haben gemessen dass das der klebefilm ist und da drin liegt jetzt eine so eine faser da hat die klientin gesagt ja das ist aus meiner haut rausgekommen oder zumindest habe ich es auf der haut dann gesehen dann haben wir das dann halt uns mal hier angegucken ihr könnt ihr sehen in sehr vielen fällen wenn wir wenn wir das in so einem dünnen schnitt machen das ist das ist dünner als eine briefmarke und durchsichtig und man bettet dann diese bestandteile da ein dann seht ihr hier zum beispiel das blaue das können zum beispiel zusammengedrückte zellkerne sein beispielsweise je nachdem wie man es färbt das kommt jetzt immer darauf an und dann sieht man das ist zum beispiel die haut von der person das war also jemand der ganz viel geknibbelt und gekratzt hat das habt ihr vorhin gesehen und dann kratzen die natürlich die haut zusammen und in der haut drin das habt ihr jetzt auch schon ganz oft wahrgenommen sind dann zum beispiel kleidungsfasern oder sonstwas drin können auch insektenteile sein die vorstelle von der gartenarbeit kommen oder so es gibt aber hin und wieder auch mal sachen da sind wir uns nicht so ganz sicher da ist sehr sehr viel zusammen gemixt das könnt ihr an den verschiedenen farben sehen außer ihr seid jetzt farben blind dann seht ihr es nicht aber die die farben sehen können die können das jetzt hier erkennen da haben wir also ganz viele verschiedene teilchen angefärbt das können zellkerne sein das kann haut sein aber eine sache wissen wir wissen wir ganz sicher wenn wir sowas sehen das sind keine lebewesen weil wenn ihr sowas hat zum beispiel so zusammengedrückte haut dann wisst ihr okay die person hat mir das ja gegeben oder ich war dabei ich bin auch oft genug dabei ich sage zu denen zeigen sie mir das mal wo die mogulonen aus ihrem körper kommen dann sind die ganz erleichtert und erfreut und dankbar dass dass sich das mal jemand in ruhe anguckt und nicht immer sagt das geht es nicht gehen sie weg und so und dann sehen wir aber halt was es ist nämlich dann weil ich dabei war die haut die ich direkt und das vergrößerungsgerät lege und viele menschen sind dann auch sehr beruhigt weil die sagen verstehe das sind irgendwie teile die ich über der gartenarbeit eingeschleppt habe insekten teile oder es sind kleidungsfasern und so weiter aber trotzdem glaube ich jetzt immer noch dass ich was anderes im körper habe und dann wisst ihr ja schon ja kann ja sein borrelien viren bakterien klar kann sein aber das ist halt nicht das was die leute geglaubt haben was sie da sehen besonders auf dem wattestäbchen das könnt ihr alle ausprobieren nimmt man wattestäbchen macht das feucht und geht man der ecke von der bude lang dann habt ihr ganz viele kleidungsfasern wahrscheinlich da drauf außer ihr seid wie die irren am putzen aber nehmt irgendeine ecke wo vielleicht nicht so geputzt ist und dann guckt euch die mal länger an wenn das trocknet da werdet ihr immer sehen dass da irgendwelche kleidungsfasern oder andere textilfasern drauf sind die wo das dann so aussieht als ob die sich bewegen ja ich würde jetzt vielleicht nicht allzu lang machen lassen wir es einfach mal dabei okay ein letztes ein beispiel ein kleines beispiel noch hier das war auch ein ganz besonders schönes beispiel da seht ihr das sollte auch ein morgen lohn sein und das ist ausnahmsweise jetzt mal tatsächlich war es von von einem insekt nämlich von motten also das ist so eine hier haben wir vielleicht sagt ihr kokon dazu über schmetterlinge motten sind ja auch schmetterlinge nachtschmetterlinge sozusagen und das ist jetzt tatsächlich von schmetterlingen aber was die klientin uns brachte war das hier da seht ihr das das ist also das ist also klein und hat also diese oder nee oder ist vom kollegen ja auf jeden fall seht ihr hier diese diese aufwendung und da ist das natürlich unheimlich schwierig zu sagen okay ist das jetzt von dem lebewesen von der motto oder nicht und das was ihr da machen müsst ist ihr müsst die größer ich angucken das hier ist nämlich nur ein tausendstel meter also mikrometer groß während das hier ist natürlich viel größer weil das können wir bloß im auge sehen das kennt ihr aus müsli oder sonst wo falls ihr da schon mal diese motten gespinste gesehen habt deswegen brauchen wir immer die größe und immer das tatort kärtchen also ihr seht wir untersuchen sowas wir gucken uns das sowas an aber ich kann euch wirklich beruhigen in allen fällen seit 20 jahren die ich selber gemessen und angeguckt und zerschnitten und gefärbt oder unter mikroskop fotografiert habe waren es niemals morgen lohnen also diese lebewesen die dann auf einmal unter der maske entstehen oder wo angeblich wattetupfer verschmutzt sind oder so das ist noch nie vorgekommen noch nie obwohl ich auf der seite der klienten und klientinnen oder bei ärzten würde man sagen und ärztinnen patienten und patientinnen bin ich bin neugierig ich finde das total spannend und ich freue mich wie ein verrückter wenn es dann tatsächlich mal so tiere sind die aus dem garten kommen und die jemand aus versehen dann halt aus dem garten mit eingeschleppt hat oder ein bruchstück davon nur ein beinchen oder nur eine antenne davon aber lasst euch nicht verrückt machen diese diese geschichte das angeblich beim beim test wenn ihr was in der nase da rein und raus schiebt dass das verunreinigt wird oder dass ihr aus dem körper tiere zieht oder dass sie in der maske entstanden sind ich gucke hier immer rüber zu der maske weil hier eine hängt nicht dass ich wundere warum ich immer darüber gucke lasst euch nicht verrückt machen wenn euch jemand so was erzählt oder wenn ihr das selber seht dann prüft es unter einer lupe und gibt es jemanden der dann gegebenenfalls noch weitere untersuchungen machen kann die ganze welt ist voller kleiner fasern und krümel das hier das ist bei uns am laborbalkon ist das so ein abfluss guckt euch mal an was dann nur so nach zwei wochen was da alles drin liegt kleine pflanzenteile haare fasern kein mensch weiß wo die herkommen irgendwelche insekten hier sind pflanzenteil und wenn ihr davon auch nur so eine ecke so eine kleine ecke mitnehmt dann habt ihr bereits fasern und insektenteile und alles andere ohne ende und noch mal ich weiß ich habe das schon ein paar mal gesagt ja die können sich auch ein bisschen bewegen durch elektrostatische anziehungskräfte dadurch dass es vertrocknet und dann oder feucht wird und dann die größe sich verändert und ihr braucht mir keine silbe glauben ihr braucht mir nichts glauben schaut euch einfach selber unter dem vergrößerungsgerät an und ihr werdet erstaunt sein nehmt tesafilm auf eurer kleidung da könnt ihr sehen wie viele fasern und würmchen und sonst was da drauf sind guckt euch das mal im garten an reibt mal wenn ihr euch paar tage nicht gewaschen habt reibt mal eure haut zusammen knibbelt mal in eurer haut da werdet ihr also sehen das ist genau das was ich euch hier gezeigt habe ihr braucht mich glauben testet selber und lasst euch nicht verrückt machen von leuten die irgendwas über weiß ich nicht rätselhafte unbekannte tatsachen erzählen das ist weder rätselhaft noch unbekannt hier vor der kamera also vor euch sitzt hier vom bildschirm sitzt jetzt jemand der ist seit 20 jahren anguckt und der immer jedes einzelne mal gut also es war viel arbeit es war richtig viel arbeit also das ist schwierig die insektenteile und die pflanzenteile zu bestimmen aber der rausgekriegt hat was es ist oder der zumindest sehen konnte was es nicht ist nämlich irgendetwas rätselhaftes was keiner versteht ich hoffe ihr regt euch jetzt nicht so auf und in zukunft mehr sondern seht was ihr tun könnt ihr lasst euch nicht belabern mit irgendeinem video oder von irgendwem der euch total voll labert sondern prüft es nehmt die spur die ihr nur dann wenn es prüfen können sonst braucht er gar nicht darüber reden wenn ihr das seht oder hört dann sagt wo ist die spur ich möchte die gerne in einem labor unter ein mikroskop legen ich möchte die gerne in einem labor zerschneiden lassen ich möchte die gerne in einem labor fotografieren lassen und wenn derjenige oder diejenige euch das nicht zur verfügung stellt und es keine laborberichte gibt dann ist das uninteressant ich meine ihr wollt doch auch nicht wenn ihr vor gericht steht ich bin ja kriminalbiologe wollt ihr doch auch nicht dass einfach irgendeiner sagt ja ich glaube ich habe das da gesehen und zur verfügung kann ich ihnen das aber leider nicht stellen das müssen sie mir jetzt schon glauben was würdet ihr denn da machen dann würdet ihr sagen wieso wieso darf ich das jetzt nicht untersuchen also wenn es untersuchbar ist dann lasst es untersuchen wenn jemand sagt das musst du mir glauben das ist so dann sagt halt okay dann gibt mir doch bitte den laborbericht oder schick es mir und dann gucke ich es mir an ihr habt verstanden vielen dank für eure aufmerksamkeit ich habe ja noch so schönes schönes bildchen dankeschön messen zählt glauben meinen labern klug sein der lauteste sein oder sonst irgendwas das zählt überhaupt nicht das einzige was zählt ist messen wenn ihr morgen lohnen seht oder gesehen habt oder euch das jemand erzählt dann bringt sie in ein labor und lasst sie untersuchen und mindestens braucht man natürlich sehr sehr gute fotos aber das nützt meistens nichts weil das habt ihr vorhin gesehen manchmal sehen dinge ähnlich aus also ein foto reicht da meistens nicht aus sondern muss es vergrößern und chemisch zerlegen und fotografieren dankeschön